Raini, für den Survival-Kit, was hältst du von diesen Aluminium- oder Edelstahldosen? Ist das was, wo man so ein Survival-Kit reinpacken sollte? Auf was soll man da aufpassen und was gehört da rein und sowas und überhaupt? Und wer dir das interessiert, dran. Hallo, willkommen, ich bin der Raini Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Die Frage wird mir auf Instagram immer wieder gestellt und ich mag das beantworten. Ja, 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 warum nicht? Denn der große Vorteil, wenn du zum Beispiel so ein Aluminium-Gefäß mit dabei hast, dass du ein Gefäß hast, wozu auch immer. Ich weiß, dass es vielleicht nicht super ist, wenn ich Wasser kochen will oder Wasser irgendwie da raussaufen will. Aber zur Not ist das auf jeden Fall besser als nichts. Denn einen Behälter draußen in der Natur zu bauen, das ist gar nicht so einfach. Das funktioniert, da kann man aus Rinde etwas machen, man kann sich über eine Schüssel brennen, man kann hohe Pflanzen benutzen, ist alles klar. Aber in der Natur hast du halt häufig das Problem, dass genau dann, genau zu dem Zeitpunkt, wo du nach Rinde suchst, die du abziehen kannst, zum Beispiel von einer Fichte, um einen Behälter zu bauen, es gerade so heiß ist wie jetzt, ich mache am 21. Juni dieses Video zur Sommersonnenwende, so heiß da draußen, da wird der Baum keine gute Rinde, die wird sich nicht gut abziehen lassen. Aber es ist egal, es ist wirklich egal. Daher, das ist ein ganz großer Vorteil. Und das Zweite ist, dass die Ausrüstung, die du da drinnen lagerst, auch eine gewisse Schutz vor Außeneinwirkung hat, also Verdruck zum Beispiel, dass wenn man runterfällt oder sich unabsichtlich draufsitzt oder was, weiß der Teufel was. Das Ganze nicht kaputt wird, so schnell. Jetzt, Edelstahl gibt es natürlich auch. Ich habe jetzt hier so einen S-Behälter von Tartonka, das ist super. Da ist die Frage, ob das nicht schon so groß ist, aber das musst du entscheiden, was da alles rein soll. Aber das hier zum Beispiel, das ist eine ideale Größe. Und wichtig bei der Auswahl von diesen Behältern, ich habe hier einerseits, das ist von Max Fuchs aus China, so ein Edelstahl, äh, Aluminiumteil, das ist auch ein Aluminiumteil von Tankria aus Schweden. Ob die in Schweden produzieren, weiß ich natürlich auch nicht. Aber was ich sagen wollte ist, diese Teile sollen auf jeden Fall die Größe von einer Rettungsdecke haben. Billige Eigenwerbung, das gibt es natürlich alles bei uns im Shop. Es ist gar, gibt es da unten den Link, ISO oder die reine Rosson-Produkte oder das reine Rosson-Messer oder den Universal-Feuerstahlhalter. Wurscht! Und es geht darum, zurück zum Thema, dass dieses Teil hier Rettungsdecke aufnehmen soll. Warum? Denn das ist das, wo du am ehesten das Problem hast mit Kälte. Was meine ich damit? Nahrung. Ja, ich meine, ich sowieso, aber auch bei den meisten da draußen. Nahrung ist nichts, was relativ rasch ein Problem ist in einer Notsituation. Wenn ich beim Wandern unterwegs bin und verhungere, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Auto, der Autofahrt hin zu dem Platz, wo ich dann wandern gehe, an Autounfall habe, ist höher, als dass ich beim Wandern mich so verhungere, dass ich verhungern muss in Mitteleuropa. Also daher, lassen wir das einfach da, wo es hingehört, nämlich ins Reich der Mythen. Was aber relativ rasch ein Problem ist, das ist Kälte, die Unterkühlung, weil ich meine Kerntemperatur, meine Körpertemperatur auf Level halten muss. Und dazu sind einerseits Feuerzeuge sinnvoll. Ja! Ja? Dazu sind Universalfeuerstahlhalter interessant. Nein, der Feuerstahl dazu, dass ich Feuer machen kann, das ist das eine. Aber oft geht das gar nicht, weil es so windig ist, weil es so kacke ist, weil es so grausig ist oder was auch immer. Ja, dann ist das hier das Element, das du auf jeden Fall brauchst. Da habe ich schon oft ein Video dazu gemacht, zum Beispiel oben beim i-Klicken zu diesem Schlafsack hier. Dass man den da nicht reinpacken wird, das ist klar. Ja, aber wenn das hier, und das ist multifunktional, kann man viele Dinge damit tun. Bei diesem Teil hier würde ich das aber nicht empfehlen, weil einfach zu wenig Platz dann in der Schachtel übrig bleibt. Die sind eh nicht druckempfindlich, dann würde ich das außen hingeben, da die Sachen rein, die du halt verpacken willst. Dann machst du hier zu und gibst ein Gummiring, so ein, oder was auch immer da drüber und verbindest die gemeinsam. Denn diese Teile da, die sind nicht schlecht, aber wie du siehst auch nicht so gut. Das heißt, die könnten dann unabsichtlich aufgehen und daher, die muss man sowieso mit einem Gummi fixieren. Und da packst du das da unten drauf und alles ist gut. So, also das ist die Möglichkeit. Was gehört noch rein? Also wir haben jetzt drüber gesprochen, dass das Thema Wärmeerhalt für den Körper einfach das Wichtigste ist. Das ist ganz oben auf der Prioritätenliste. Dann erste Hilfe, über das rede ich da jetzt nicht, weil ich werde nicht anfangen und meine erste Hilfe da reinpacken. Das ist ein extraiges Baggerl, das ja, aber so erste Hilfe lasse ich jetzt auch weg. Aber fürs Feuermachen zum Beispiel ein paar Tampons mitnehmen. Oder ich habe hier Labello mit dabei. Habe ich jetzt Werbung für Labello gemacht? Nein, ich werde von denen nicht bezahlt. Aber das ist ein super Brandverstärker. Einerseits multifunktional für unterschiedlichste Sachen, außer zum Essen. Aber das brennt extrem gut, die Kombination. Und dann vielleicht mit einem Feuerzeug, wenn du auch willst, mit einer Pickhülle gemacht in der Rheini-Rossmann-Werkstatt hier in Österreich. Mit in Austria unterstützt du mich und meine Arbeit gebe ich da natürlich auch um den Link. So anzünden, das machen wir jetzt nicht. Oder wenn du es einfach ein bisschen rustikaler haben willst, dann vielleicht mit einem Feuerstahl und Rheini-Rossmann-Irbis oder irgendeinem anderen Messer. Also das hat man dann nebenbei. Du kannst auch sagen, okay, ich möchte den Feuerstahl da mit drin haben. Auch das kann man natürlich tun. Aber sei es drum. Sei es drum. Das ist gar nicht der Punkt. Das sind so Sachen, die ich mit dabei habe. Im Winter würde ich mir vielleicht, und wenn du davon ausgehst, dass du in kühler und feuchter Temperatur unterwegs sein musst, und das mit dem Locken machen nicht so drauf hast, dann würde ich mir das da mitnehmen. Ja, warte auf. Ich meine das echt ernst. Also du kannst es einen Rheini-Rossmann-Irbis kaufen. Mach das. Aber kauf da auch einen Spitzer. Beides. Dieser Spitzer, den nimmst du, gehst raus in den Wald, brichst eine Fichte oder irgendetwas anderes, ein anderes Holz ab, das tot ist. Da dürfen keine grünen Blätter drauf sein. So ein abgestorbener Ast, da ist am besten die Rinde schon runter, schiebst das rein und dann machen sich solche... Und dann dazu noch ein bisschen der Bello. Dann einen Tampon aufmachen, den mache ich jetzt nicht. Und dann entweder Ratsch mit dem Feuerstall oder mit dem Feuerstall. Bei Wind ist es ein bisschen blöd, da braucht man Windschutz. Aber du weißt schon, was ich meine. Ausrüstung hilft dir, in Extremsituationen besser durchzukommen. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das brauche, ist natürlich auch gering. Aber verhungern in Österreich, den waren dann eher nicht. Was ich dann auch gerne dabei habe, sind irgendwelche Plastiksackerl, die kann man immer wieder brauchen. Dann Licht, das gibt es von unterschiedlichsten Herstellern. Das sind so Minilampen. Wichtig bei diesen Minilampen ist, dass es solche Zellen hier sind, diese Zellen da. Weil die halten extrem lang. Also wenn du eine normale AA-Batterie hast oder AAA oder sowas und die wirklich als Fire-Infagette da so reinwerfen und irgendwo stehen haben und 30 Jahre nicht anschauen, ist ein bisschen übertrieben. Aber du weißt, was ich meine. Dann können die, also meine Erfahrung, die können auch auslaufen. Ist mir klar, besonders wenn man irgendeinen China-Schrott hat. Aber wenn ich eine, ohne Wertung jetzt, eine Varta kaufe, also die ist mir noch nie ausgelaufen. Wenn man aus China irgendwas bestellt, diese LR44, die waren teilweise schon vergammelt, dass sie dann herkommen sind. Also das ist schon richtig. Aber wenn ich mir da eine Varta CR2032-Bass da zum Beispiel rein, hernehme, habe ich ganz lange ganz viel Ruhe. Dass das jetzt keine Lösung ist, um Flutlicht zu machen, ist auch klar. Aber ein bisschen Licht vor Ort, Hand aufs Herz, das gehört dazu. Dann natürlich Signalisierung. Auch das ist, wenn wir jetzt verwandern oder sowas sprechen, ja, oder Outdoor, dann ist das hier eine Überlegung wert, dass ich mir ein Pfeiferl mit dazu nehme. Spiegel, da habe ich schon einmal darüber gesprochen, auch oben bei Mitgliedern. Kann man machen, bin ich nicht so der große Freund davon. Dann Papier, ich habe das einerseits da, um irgendwelche Sachen aufzuschreiben, aber auch dieses Papier kann gut dazu sein. In Kombination mit ein bisschen Labello eingeschmiert, Halleluja, das brennt richtig gut. Und das sind so die Sachen, ich habe dann noch für mich irgendwelche solche Schmerzmittel mit dabei. Dann, man kann auch dazugeben, Wasseraufbereitungstabletten von Katatyn, aber aufpassen, die haben natürlich eine Haltbarkeit. Wobei, da kann man auch ein bisschen drüber gehen, also muss man auch jetzt nicht so tragisch sehen. Aber im Endeffekt, mir geht es darum, dass ich meine Körpertemperatur aufrechterhalten kann, dass ich dann auch da drinnen in diesem Teil Wasser aufkochen kann, um etwas Warmes zu trinken. Denn schauen, noch einmal, wenn ich heute am 21. Juni ein bisschen spazieren gehe im Waldi und ich tue mich ein bisschen verirren und ich habe kein Hemmchen empfangen, was je schon fast unmöglich ist. Aber es gibt auch Fundlöcher, besonders auf Val de la Patée. Und ich verfranze mich, dann lege ich mich draußen im Wald hin, es wird vielleicht ein bisschen frisch werden, aber das war es. Ja, das war es. Aber wenn das im Herbst ist, dann kann es schon unangenehmer werden. Und was ist, wenn es wirklich grausig ist? Wir haben uns mal, das ist schon so lange eher, die Manuela und ich, meine Frau und ich, haben uns damals noch keine Kinder gehabt. Das ist schon urlang eher im Wald einmal. Wir sind so spät in den Wald reingegangen zum Schwamm aussuchen, haben die Zeit komplett übersehen. Weil ich war damals, meine Aufmerksamkeit war auch ganz woanders. Ich habe mit Natur nichts anfangen können in jungen Jahren. Und mir war natürlich nicht klar, dass im Oktober die Sonne viel, 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 viel schneller untergeht als im August, wo wir das letzte Mal Schwamm aussuchen waren. Und es war ja eh kein Problem, wir sind eh nicht gestorben, ich bin eh noch da und es war eh nicht dramatisch. Ich habe gerade überlebt, gerade so. Nein, aber es war unangenehm und hat mir gezeigt, so einfach ist es dann doch nicht. Also man ist doch nicht der Superheld, der alles kann. Und da kann ich da auch sagen, auch das ist auszuhalten. Aber besonders, wenn ich in den Bergen jetzt dann unterwegs bin. Wir waren nämlich im Flachland, da war auch alles noch relativ locker. Aber wenn ich bedenke, im Wald-Ulaupate, das ist im Mittelgebirge, wenn du da einen Fehler machst, wenn du da keinen Empfang hast, und da gibt es Bereiche, wo du keinen Handyempfang hast, wenn niemand weiß, wo du bist, weil es wusste bei uns auch niemand, wir haben niemandem gesagt, wo wir sind, am nächsten Tag werden die halt draufkommen in der Arbeit, die kommen nicht. Na ja, vielleicht sind sie krank oder sowas. Und das war auch noch nicht die Zeit der Smartphones. Bedenke, Dinge können einfach schieflaufen. Daher bin ich schon der Meinung, dass so ein Survival-Kit deinen Wärmeerhalt als oberste Priorität haben muss. Oberste Priorität, alles andere ist Bovil. Das heißt, Rettungsdecke, Feuer machen, vielleicht ein bisschen was kochen. Und daher finde ich diese Aluminium-Teile hier, oder wenn du willst, auch Edelstahl-Teile, und kommt darauf an, was du da alles reinpacken willst, durchaus in Ordnung und eine gute Lösung. Letzter Punkt, dann halte ich es mal, ich verspreche. Eine Sache muss natürlich auch klar sein. Umso größer du dein Kit machst und umso komplexer und umso mehr Eventualitäten du im Griff haben willst mit Ausrüstung, umso schwerer und größer wird es und umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es dann nicht dabei hast, wenn du es brauchst. Das heißt, klein ist schön. Nimm das mit, was wirklich nötig ist und nicht alles, was möglich sein könnte. Und mit diesem Satz entlasse ich dich in die billige Eigenwerbung. Vielleicht magst du eine Pickhülle von einem Rainer Rossmann checken. Oder einen Universal-Feuerstahlhalter, der auf sehr, sehr viele Kydex gebauten Messer geht. Ein Rainer Rossmann-Irbis oder ein Buch von mir. Oder ein Daumen nach oben. Das hat mich echt gefreut. Ich hoffe, du brauchst es nie. Ciao, ciao.